Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier in meinen Podcast reinhörst oder das Video, dieses Interview auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle dich herzlich willkommen. Falls du dieses Video bereits vor der Veröffentlichung in meinem Functional Basics Guide siehst, nutze gerne die Kommentarfunktion und die dazugehörige exklusive Facebook-Gruppe, um entsprechend dich über dieses Thema dieser Episode auszutauschen. In dieser Episode spreche ich mit Silke Fritsche über das Thema die Charisma-Lüge. Charisma kannst du lernen und warum du deinen Charisma-Typ kennen solltest. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Begründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit. Der Basis, wie du dein Potenzial entfaltest, zu mehr Performance, Happiness und Begeisterung in deinem bunten Leben gelangst. Und in den Interviews schauen wir über den Tellerrand deiner Gesundheit. Mit meiner Vision, Gesundheit ist für alle da und meiner Berufung, geben wir dir Tools, Erfahrungen und Impulse an die Hand, um deine Basis zu kreieren. Und die Interviewgäste, die ich interviewe in meinem Podcast, die leben das, was sie dir erzählen. Das siehst du in ihren Augen, wie sie für ihre Leidenschaft brennen und das hörst du an ihrer Stimme, mit welchem Kraft sie dieses Thema nach vorne bringen. Und in dieser Episode spreche ich mit Silke Fritsche über das Thema die Charisma-Lüge. Charisma kannst du lernen und warum du deine Charisma-Typen kennen solltest. Silke Fritsche ist Potenzialentdeckerin, Menschenforscherin, Coach für persönliches Wachstum im Business und auf privater Ebene für internationale Unternehmen und Lehrerin für Lebenskunst seit 1999. Sie lehrt an Universitäten und entwickelt ihr eigenes System zur Ermittlung des Persönlichkeitstyps anhand von Körpersignalen. Mit der Big Bang Life University teilt sie ihr Wissen und ihre besten Methoden aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung der letzten zwei Jahrzehnte. Selber habe ich Silke auch schon in Workshops erlebt und wir sind da auf einer Wellenlänge und das wirst du auch in diesem Interview merken. Wenn du mehr über Silke Fritsche ihre Arbeit erfahren möchtest, dann schau gerne in die Shownotes und die Videobox, aber auch unter dem Text unter diesem Video, weil dort gebe ich dir noch mehr Möglichkeiten, Impressionen und Impulse über Links entsprechend mehr Wissen darüber zu erfahren. Auch auf meiner Homepage www.function-basics.de slash silke-fritsche findest du noch mehr Impulse. Wenn du deine Basis für mehr Gesundheit, Vitalität, Performance, wie du dein Potenzial entwickelst und entfachst, deine Basis kreieren möchtest, dann schau weiter in die Shownotes, weil dort findest du meine Homepage www.function-basics.de Dort findest du meinen kostenfreien Blog, meinen kostenfreien Podcast, meinen YouTube-Kanal und ganz, ganz viele Möglichkeiten, um diese Basis zu kreieren. Da findest du Webinare, Seminare, Workshops, du findest dort mein Coaching-Angebot, aber auch meinen Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Internet die Plattform, wo du deine Basis für mehr Gesundheit, Performance und Happiness kreieren kannst. Weil dort gebe ich dir praktische Übungen, Tools aus verschiedensten Bereichen aus den letzten zehn Jahren an die Hand. Unter anderem aus der Klinik-Psychoneuromologie, aus der Funktion der Medizin, aber auch aus dem systemischen Coaching und verschiedenste Richtungen mehr. Die Kernelemente, woran deine Lebenserwartungen, dein Glücklichsein, dein Potenzial und deine Gesundheit dranhängen, sind unter anderem die Bewegung und das Immunsystem, deine Ernährung und Verdauung, dein Schlaf und deine Regeneration und dein Mindset, also dein Verhalten, wo Glaubenssätze, Denkmuster, Wissen, Erfahrungen und Co. mit drinstecken. Also das Mindset und die Stressresilienz. Und da findest du noch mehr Tools und das findest du auch in den Shownotes oder auf meiner Homepage. Wenn dir diese Episode gefällt, dann teil diese gerne. Weil das ist die Wertschätzung, die du uns gegenüber zum Podcasten für unsere kostenfreien Medien einmal entgegenbringen kannst. Schau auf iTunes, da kannst du meinen Podcast bewerten und entsprechend auch einen kleinen Dreizeiler drunter schreiben, was dir an dieser Episode besonders gefallen hat. Du kannst sehr gerne auch den Podcast teilen in den Social Media, wie zum Beispiel bei Instagram. Verlinke da einfach meinen Kanal FunctionalBundBasics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Bei Instagram und in meiner Facebook-Gruppe FunctionalBasics kannst du im Vorfeld auch immer den Gästen Fragen stellen, sodass deine Fragen entsprechend im Podcast von den Experten beantwortet werden. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Silke Fritsche, die Charisma-Lüge. Charisma kannst du lernen und warum du deinen Charisma-Typ kennen solltest. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich Willkommen bei dem Podcast von FunctionalBasics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von FunctionalBasics und dem HealthMeeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich Willkommen wieder beim Podcast von FunctionalBasics. Ich freue mich spontan, Silke Fritsche vor die Kamera geholt zu haben. Herzlich Willkommen, Silke. Vielen Dank. Bevor wir auf das Thema die Charisma-Lüge zu sprechen kommen, Charisma kannst du lernen und warum du deinen Charisma-Typ kennen solltest. Ich habe dich im Intro schon mal ganz kurz vorgestellt. Das reicht natürlich den Zuschauern und Zuhörern nicht. Deshalb kannst du ein paar Schlüsselmomente von dir heraus aus deinem Lebenslauf nennen, wie du zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen bist und was du aktuell überhaupt machst? Fragen über Fragen. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Drei, vier Stunden? Wenn es draußen dunkel wird. Bis es dunkel wird, ja, dann haben wir Zeit. Ich glaube, man muss ein Stück anders anfangen. Ich glaube, manchmal holt man die Sachen zu sich und manchmal kommen die Sachen zu einem. Und ich hatte so dieses, also Persönlichkeit an sich ist was, was mich schon immer interessiert hat als Kind. Also ich hatte einen extrem charismatischen Großvater, der erst Rennfahrer war, der auch so ein richtiger, muss ich sagen würde, so ein Kerl war, bei dem ich aber immer beobachtet habe, bei dem gingen immer Türen auf, die für andere verschlossen sind. Und ich war in vier oder fünf verschiedenen Schulen, weil wir viel umgezogen sind. Und dann habe ich eben auch so gesehen, also ich musste sehr viel beobachten durch die vielen Ortswechsel und Brüche. Und ich hatte auch immer eine andere Rolle in der Schule. Du kommst halt rein und mal war ich unsichtbar, da habe ich versucht, mich unsichtbar zu machen, weil ich so dachte, oh mein Gott, da kam so viel Schwung. Dann war ich mal die Anführerin, dann war ich mal ganz am Rand und so weiter. Und dann habe ich so angefangen zu beobachten, was passiert. Also es gibt ja so Vogelbeobachter, das bin ich nicht, aber ich wurde zu so einer Menschenbeobachterin. Und das fand ich so spannend, wie Menschen sich verhalten, A, und B, warum die einen irgendwie einfach immer dastehen, am Rand stehen, es sieht sie keinen, sie wackeln, sie strampeln, sie machen sich komplett fertig, dann kommt einer rein und BAM, ist da. Und das war zum Beispiel mein Großvater, wo ich immer auch gesehen habe, wenn der irgendwo hingegang, die Tür ging auf und er erschien. Und das war so ein Schlüsselmoment. Aber da habe ich tatsächlich mit fünf, sechs Jahren noch nicht daran gedacht, dass das mein Schicksal besiegelt hat. Und dann habe ich das natürlich auch gesehen, ich bin ja auch Mama, ich habe Bücher geschrieben, ich arbeite oder habe als Journalistin gearbeitet und bin auch in den letzten 20 Jahren, also seit 1999 bin ich ja selbstständig, das ist ja für heutzutage ist das ja schon, ich habe keine Ahnung, das ist ja... Ewig. Ewig. Gott. Warte mal, ich brich mal den Staub hier kurz vor der Kamera. Ewig. Und ich würde wirklich sagen, Qualitätssiegel. Weil man kurz als Sternschnuppe erscheint, ist nett, aber es gehört ein bisschen mehr dazu, auch zu bleiben. Weil, man hat, ich weiß nicht, ob dir das so geht, Carsten, ich habe so gedacht, mit 16, mein Leben geht so. Und mein Leben geht so. Für die Zuhörer, die jetzt gerade das Video nicht sehen, es war gerade die Andeutung, dass das Leben senkrecht nach oben geht, nicht ganz senkrecht in einem Berg, man fährt und fährt hoch, 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 es geht immer nur noch auf, bergauf. Aber das Leben ist vielleicht doch mehr eine Welle, auf und ab, auf und auf. Ja, ein bisschen wie eine Sinuskurve. Und ich habe, wenn ich in einem Coaching zum Beispiel auch mal so in die Vita reingehe, ich bin nicht so gerne rückwärts gewandt, aber bestimmte Sachen müssen ja auch tatsächlich sich mal kurz angeschaut werden. Ja, wo kommt irgendwas her? Und wenn ich das dann mal so aufzeichnen lasse, wann hattest du ein Highlight im Leben? Und wann war es auch wirklich ätzend? Wann war es schlimm? Und hast du das mal gemacht? Ja, so mal so eine, so eine, dann sieht man ganz oft, wenn man dann diese Punkte verbindet, ah, das wird wie so eine Sinuskurve. Und bei manchen ist es auch wie so ein Herzschlag. Und du siehst, und das war für mich mega spannend, Menschen, die die meisten Ausschläge hatten, gab es oft eine Korrelation, eine Verbindung zum Charisma, ja, zur Ausstrahlung. Und deshalb ist, ja, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Mann, ey, ich habe in meinem Leben echt viel erlebt und auch viel Scheiße erlebt, dann kann ich nur sagen, super, herzlichen Glückwunsch. Weil auch sowas trägt Resilienz aus. Wenn wir, und zwar nur wenn, wir das als eine Chance begreifen. Also wirklich als eine Chance begreifen. Und ich hatte in meiner Kindheit noch meine Urgroßeltern und meine Urgroßmutter Olga sagte, ist das nicht toll? Ich habe die Gesellschaftsordnung überlebt, die Gesellschaftsordnung, die Gesellschaft, ich bin immer noch da und ich habe viel gelernt. Und ich bin ja noch, ich kenne ja noch die DDR, ich bin noch die DDR-Kind auch gewesen, habe das noch erlebt. Und während andere dann gesagt haben, das ist so, ich bin nur DDR. Ich finde das super. Für ein Menschenleben ist das ein Geschenk, mehrere Gesellschaftsordnung zu erleben, in denen verschiedene Werte eine Rolle spielen. Und das übrigens, Dinge als Stärke zu sehen und immer zu sagen, ich bin nicht Opfer, egal was passiert, ich lasse mich nicht dazu machen. Das ist ein Aspekt eines Charismantyps. Und zwar egal, wie du bist, ob du lebendig bist oder ob du ruhiger bist, ob du faktenorientiert bist, ob du sehr empathisch bist. Das ist eine ganz große Lüge. Aber das ist ja das, worum es geht. So, und das war sozusagen, also diese Eckpunkte, die ich hatte und die eben auch als Studentin, als Fernsehjournalistin, als ich hatte ja ganz viele Etappen in meinem Leben, wo ich dann einfach gesehen habe, das ist ja jetzt merkwürdig, ich bin jetzt hier nicht am besten angezogen und ich bin jetzt gerade hier nicht die, vermutlich überhaupt nicht die Schönste oder nicht die, was auch immer bei Pressekonferenzen, aber ich guckte immer die Leute. Und ich war 1999, zu der Zeit war ich in Trennung und alleinerziehend und dann hatte ich damals an der Universität eine Stelle und die wäre schön ordentlich gegangen und dann habe ich gedacht, nein, weil in meinen damaligen Kursen waren, ich hatte so 10, 15 Plätze frei und ich hatte in einem 300 Anmeldungen und dann habe ich so gedacht, also irgendwas muss hier gut funktionieren und habe dann, ich habe einfach auch zugehört, jetzt rede ich ja gerade viel, aber ich kann auch sehr gut zuhören, was wirklich Menschen beschäftigt und es ist ganz oft, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Also wir haben wirklich alle die gleichen Gefühle, aber die einen stehen dazu und die anderen verstecken sie. Darf ich ganz kurz fragen, was du unterrichtet hast an der Uni? An der Universität? Körpersprache? Ich habe das eingeführt, weil ich fand das eine ganz wichtige Kompetenz und sowohl hier in Leipzig als auch in Dortmund und später dann in Zürich, an der Universität in Zürich und habe das natürlich genau Mama bei meinen Jungs beobachtet, dass auch Charisma, also Ausstrahlung ganz geschieden ist und habe dann wirklich so mein Herz dafür entdeckt, das hat auch tatsächlich einen Grund, weil wir Experten brauchen, die sich zeigen. Und wir haben aus meiner Sicht unfassbar viele großartige Experten, die in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, weil sie eine Sache nicht wissen, nämlich das Charisma nicht angeboren ist. Lass uns mal ganz kurz, kannst du erst mal Charisma erklären? Weil für manche ist es vielleicht okay, sie haben es gehört, du hast schon Ausstrahlung diesbezüglich mitgenannt, aber was ist denn Charisma? Ja, 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 das ist eine sehr gute Frage, Karsten, genau. Charisma ist das, was man so landläufig als das gewisse Etwas bezeichnet, ja, dieses besondere Etwas. Es kommt jemand und er ist eigentlich nicht da, sondern er erscheint. Das ist eine Form von Präsenz. Und weil das so schwer tatsächlich zu, es ist schwer zu erklären, aber wenn jemand charismatisch ist, weißt du es sofort. Man erkennt es. Man erkennt es. Man spürt es. Du siehst es, du spürst es, du hörst es. Es ist wie ein Magnet. Es ist die Person im Raum, der, der Magnet ist oder die, die Magnetin, ich weiß gar nicht, gibt es das, die Magnetin? Wir könnten es erfinden. Die Magneten gibt es, glaube ich, als Mehrzahl. Genau. Es ist eine magnetische Anziehungskraft, die echt ist, die authentisch ist. Und wenn du charismatisch bist, und das ist der Witz, du weißt es meistens nicht, das sagen andere über dich. Du kannst nicht bestimmen, du kannst sagen, so, heute bin ich mal charismatisch. Weil das hat, tatsächlich ist es ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren, aber die Zutaten für jemanden, der charismatisch ist, sind immer gleich. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass dieses besondere etwas, diese ganz starke, magnetische Ausstrahlung und Anziehungskraft, so würde ich Charisma beschreiben. Und für mich kommt Charisma auch von Charakter. Also nicht zu verwechseln mit Schaumschlägern. Aber wie kannst du, wenn du sagst, Charisma wird nicht in die Wiege gelegt. Das ist ja das, was wir vielleicht sagen, okay, vielleicht kriegt man das sogar von irgendjemandem gehört. Ja, dir fehlt das besondere etwas. Drum hast du schon einmal einen Glaubenssatz intus. Aber wenn du sagst, Charisma kann man lernen, bedeutet ja auch zeitgleich, ich kann meinen Charakter jederzeit formen. Absolut. Absolut. Du bist genau immer der, der du sein willst. Das klingt jetzt erst mal ganz plakativ, das weiß ich. Aber ganz wichtig ist mir wirklich erst mal der Satz noch mal zu sagen, gerade für die introvertierteren, die vielleicht jetzt gerade zuhören. Ihr seid so was von willkommen. Denn wirklich, jeder kann Charisma lernen. Und die ganz große Verwechslung ist, wir haben oft ein festes Bild davon, ein bestimmtes Bild, was eine charismatische Person ist. Und das ist zum Beispiel ganz oft eine Randensau. Ich zum Beispiel habe viel Temperament von Natur aus und würde vielleicht eher in diese Richtung gehören. Aber ich bin nur ein Charismatyp von ganz vielen. Und es gibt zum Beispiel auch ein sehr freundliches Charisma. Das erstrahlt mir in der Eins-zu-eins-Situation. Da gibt es ein fokussiertes Charisma, ein autoritäres Charisma und dann dieses sprudelnde Charisma. Und jedes ist gleichberechtigt. Das ist mir super wichtig zu sagen. Aber die anderen Charismatypen fallen nach hinten runter, weil es nicht hier, es ist nicht im Kopf, es ist nicht im Herzen. Und was mir da wirklich in der Seele wehtut, damit öffnen richtig gute Experten Schaumschlägern Tür und Tor. Denn es ist dieser alte Glaubenssatz, wenn etwas richtig gut ist, würde es sie schon durchsetzen. Ja, wie denn? Durch Telepathie? Niemals. Und so verschwinden wirklich, sind schon verschwunden und verschwinden jetzt noch Tausende von richtig guten Experten in der Bedeutungslosigkeit, weil sie nicht verstehen, Charisma Nein ist nicht angeboren, Charisma kann man lernen, das kann man lernen, das kann man lernen mit einem bestimmten System. Und sie versuchen, dieses vermeintliche Defizit durch noch mehr fachliche Kompetenz auszugleichen. Das geht aber nicht. Genauso, das geht nicht. Wenn du einen schwarzen Stift hast, gleichst du das nicht in Rot aus und ihm noch einen schwarzen Stift nimmst. Das geht nicht. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Und das sehe ich so ein Stück, das brennt gerade in mir, das ist gerade das, was ich... Die Flamme hört man, glaube ich, und die Flamme sieht man auch in deinem Augenblick. Das kriegst du auch rot. Jeder hat Charisma, und ich denke, vielleicht ist das Charisma sogar drin, sie wissen bloß noch nicht den Zugang. Sie haben, so bezeichnet es das ja auch als System, sie haben noch nicht den Schlüssel in der Hand, um ihr Charisma aufzuschließen. Ja, sehr gutes Bild. Ganz genau, Karsten. Es fehlt ein Stück der Schlüssel, aber bei manchen ist das auch so wie Don Rösse, was so im Charisma schlafen zu tun. Bei einem schlafen wahrscheinlich auch Don Rösse. Ich bin mir nicht sicher. Du hast über Zutaten gesprochen. Zutaten, die fürs Charisma notwendig sind. Kannst du die ein bisschen benennen? Welche sind denn das? Zutaten, die einen charismatischen... Mensch, bevor wir auf die charismatischen Typen eingehen, welche Zutaten braucht man denn? Vielleicht hört ja jemand zu und sagt, stimmt, die Zutat habe ich ja sogar. Also ganz grundsätzlich muss man erst mal für sich noch mal sagen, okay, es gibt, also es gibt ganz viele, jeder ist einzigartig, aber es gibt erstmal grundsätzlich vier Grundtypen von Charisma. Und da gibt es zunächst einen, vielleicht erkennt sich da jetzt jemand, der so ein Draufgänger ist, der mit ganz viel Energie, mit ganz viel Adrenalin oft, das ist eher so ein Gipfelstürmer, da bin ich. Zum Beispiel du hast eine hohe Körperspannung und da ist schon ein Teil von diesem Charismatyp mit drin, den ich sehe. So, dann gibt es, ich nenne den jetzt mal den Tänzer, den Charismatyp, den Tänzer. Das ist jemand, der sehr visionär ist, der hat immer ganz große Ideen und ist also sehr, sehr in der Begeisterung und zündet natürlich damit auch andere an. Der dritte Typus ist der Teamplayer. Das ist sozusagen ein ganz freundliches Charisma. Die sind aber extrem wichtig für Teams, weil die sozusagen auch Teams bilden, zusammenhalten. Und wenn der charismatische Teamplayer seinen Job nicht macht in einem Team, gibt es extrem viele Konflikte in so einem Team. Und das ist wirklich einer, der so alle mitnimmt. Während so die Gipfelstürme wie du das erst mal voraus. Kann sein, du stehst auf dem Berg und du freust dich, dann denkst du, sind denn die anderen? So, kommen noch in zwei Tagen nach. So, und dann, und die liegen mir besonders am Herzen, weil die ganz oft übersehen werden, das sind die sehr faktenorientierten, analytischen, klaren, manchmal sehr stillen. Und die haben ein fokussiertes, das Charisma. Und das heißt, die haben gar nicht so viel Mimik oder Gestik, sondern die haben die Kraft in den Augen. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich es natürlich nicht einsetzen. Und deshalb, ich merke das auch bei Bühnentrainings, also wenn ich Geschäftsführung, die sagen dann, ja, und ich möchte das so machen wie Sie, und dann möchte ich über die Bühne laufen. Und dann sage ich, nein, du bist ein Steher. Ja, wenn du von Natur aus ein Steher bist, dann steh doch. Ein Wildschwein sagt ja auch nicht, ich will fliegen. Also das heißt, was ist die erste Zutat? Das hast du ja gefragt. Die erste Zutat ist, Charismatiker stehen zu dem, was sie sind. Die haben angefangen, irgendwann in ihrem Leben nicht nur auf ihren Kopf zu hören, sondern auf diese innere Stimme. Manchen ist bewusst und anderen nicht. Aber das ist so eine Sache. Die zweite ganz wichtige Zutat ist, Charismatiker haben Mut. Und zwar auch Mut, mal antizyklisch zu sein, mal gegen das Wasser zu, wie heißt es, gegen die Ströme, oder? Gegen die Strömung zu schwimmen. Genau, gegen die Strömung zu schwimmen. Ihre Meinung zu sagen. Und im Grunde genommen, daran merkst du schon, das kann jeder, jeder kann das. Weil jeder kann es, wenn er als erstes sagt, okay, ich kann in meinem Leben viele Menschen kennenlernen. Das kann ich. Aber den ersten, den ich doch kennenlernen sollte, bin ich selber. Weil mit wem lebe ich denn jeden Tag zusammen, von früh bis spät. Wem kann ich nicht ausweichen, dem kann ich nicht kündigen. Mir selber. Ja. So. Und da geht es los. Also das ist so eine Geschichte, dass die Persönlichkeit gekräftigt wird. Und die zweite Geschichte, da geht es wirklich um Handwerkszeug, das ist richtig Handwerkszeug. Und da geht es um die älteste, ehrlichste Sprache der Welt. Körpersprache. So. Ja. Und Körpersprache ist ja mein Steckenpferd. Du weißt es ja, ich habe da lange geforscht. Und dazu auch ein System entwickelt. Und das kommt halt bei den Charismatypen zum Tragen. Mhm. Also jeder Charismatyp hat quasi auch eine eigene Körpersprache. Ja. Ja. Großartig. Genau. Ganz kurz, was mir im Hinterkopf gerade ist, du hast die vier Charismatypen benannt. Ist das jetzt ein bisschen wie schwarz-weiß? Jeder Charismatyp hat so seine Muster oder kann ich auch von einem Gipfelstürmer zum Teamplayer werden? Mhm. Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, die du stellst. Also erstmal ganz grundsätzlich hat man alle vier Typen in sich, aber einer übernimmt die Führung. Ja. Einer ist der Chef. Und diese Prägung ist natürlich sehr stark. Also im Grunde genommen hast du, sozusagen wenn du auf die Welt kommst, bist du natürlich ein unbeschriebenes Platz, aber du hast auch eine seelische Prägung. Mhm. Und etwas in dir weißt, wer du sein willst, ob du ein Gipfelstürmer sein möchtest und wenn du dann ein Detektiv wirst, also der so ganz, so wie Sherlock Holmes unterwegs ist, dann bist du nicht glücklich, weil du bist ein Gipfelstürmer. Mhm. Und natürlich kannst du, du kannst alles sein, was du möchtest, weil du bestimmst es ja. Aber diese, diese eigene Melodie, die du mit ins Leben bringst, deine ganz eigene Musik, also sozusagen diese Vorprägung, die du für dich mitbringst, das ist das, was du bist. Ich glaube, wir sind ein Leben lang auf dem Weg zu uns selbst zurück. Mhm. Und das ist ganz spannend, also dass wir im Grunde genommen machen und tun und da wollen wir noch das und wir wollen noch jenes, aber am Ende, was wollen wir denn am Ende? Die alten Inder haben einen ganz schönen Satz, also wirklich die ganz, ganz alten, kennst du die hier zufällig, wenn man so sagt, ein bisschen, die sagen dann sowas wie, danke, ich kann gut schlafen. Mhm. Also quasi, ich kann mich im Spiegel betrachten, ohne Reue, und sage, danke, dass ich ich sein darf. Ja, ich, das bedeutet sozusagen, ich bin bei mir angekommen. Mhm. Ja, und wir sind ganz oft unterwegs und machen und tun, du kennst es vielleicht auch, und dann machen wir und machen wir und machen wir und machen wir und irgendwann stoppen wir mal und das hatte ich auch bei mir und denke so, wo laufen sie denn? Es gab mal L'Oriot, der immer so, wo laufen sie denn? Und so war das auch, wo laufe ich denn eigentlich hin? Und natürlich in so einem Leben hast du auch Brüche und du hast auch Sachen, wo du verletzlich bist, wo jemand Schweine wehtut, wo du so traurig bist, wo du dann manchmal einfach denkst, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Nee, manchmal ist es einfach, bleib stehen, spür den Schmerz und ich habe dann zum Beispiel damals gemacht, sieben Tage Fasten, Schweigen und Meditieren. Und Schweigen war super, also ich liebe Schweigen, ich war echt angezickt, als es das Regen wieder losging. Meditieren war am Anfang anstrengend, aber das Fasten macht dich dünnhäutig. Ja, wenn du schweigst und meditierst und isst noch ein bisschen so basisch, das ist okay, so wie beim Vipassana. Aber wenn auch die Nahrung komplett weggeht, dann wirst du ganz dünnhäutig und dann spürst du natürlich alles und dann spürst du auch dich. Und vor diesem Schmerz reißen die meisten Menschen aus. Sie versuchen irgendwie, diesen Schmerz zu vermeiden. Ich verstehe das auch. Aber es gibt eine Sache, die man nicht aus dem Auge verlieren darf. Und das ist extrem wichtig. Und das wissen charismatische Menschen, das ist auch was, was ich sozusagen lehre, weil das ganz wichtig ist und da auch sanft hinbegleite zu diesem Schmerz. Wenn du den Schmerz abwählst in deinem Leben, dann wählst du auch die Freude ab. Das sind Geschwistern. Du kannst dich ein Gefühl selektiv abwählen. Das funktioniert leider nicht. Wie finde ich denn raus, welcher Charismatyp ich bin? Gibt es da jetzt eine Checkliste? Fragt sich der eine oder andere vielleicht gerade zuhört oder zuschaut, sagt, okay, gibt es da einen Fragebogen, wo ich dann eine Summe XY rauskriege oder bestimmte A, B, C, D? Und ja, gut, hat sich bestätigt, ich bin dann der Giffelstürmer oder Teamplayer oder der Sherlock Holmes. Ja, das ist eine schöne Frage. Vielen Dank. Ja, es gibt tatsächlich, ich habe tatsächlich dafür einen Test entworfen, weil es ist ähnlich wie ein Persönlichkeitstest, aber es kommt eine ganz tolle Komponente dazu und das ist die Körpersprache. Weil die ist extrem ehrlich, also ich sage dem anderen nicht, ja, das bist du, sondern ich mache schon schön ihren Test selbst. Und dann hast du auf der einen Seite einen Test, der die Persönlichkeitsmerkmale beschreibt und auf der anderen Seite einen Test, der die Körpersprache beschreibt. Das kannst du dir selbst anschauen. Also wie ist deine Mimik, Ausdruck deines Gesichts? Was machen deine Hände? Sprichst du besonders mit der rechten Hand oder mit der linken? Wie ist dein Körpertonus? Und ganz, ganz viele, wie ist dein Tonfall? Wie ist denn dein Tonfall? Weißt du, wie dein Tonfall ist, Kasten? Ich glaube, ziemlich monoton, oder? In der Eigenanalyse kann ich dir das gar nicht wiedergeben. Also habe ich noch gar nicht darauf geachtet, wie mein Tonfall so ist. Ja, und das ist zum Beispiel eben, also erst mal sich die Sachen bewusst zu machen, das passiert in diesem Test. Und die Stimme zum Beispiel, also speziell der Tonfall, aber wir nehmen heute mal polant die ganze Stimme mit dazu, ist ja ein Element der Körpersprache. Zur Körpersprache, die Mimik, also Gesicht, Sprache der Hände, Körperhaltung, Abstand zu einer anderen Person und natürlich auch die Tonfall. Und wenn man weiß, dass wenn jemand seine Stimme im Griff hat, eine schöne Stimme hat und es ist ein Werkzeug, also ein Werkzeug, bis zu 20 Prozent, bis zu 25 Prozent, sagt man in Harvard, ich habe ein bisschen runterkalkuliert, bis zu 20 Prozent mehr Geld verdient, lohnt sich das schon auch mal darüber nachzudenken. quasi seine Stimme entsprechend Wort zu geben, also seine Stimme entsprechend zu nutzen. Tonfall, Modulation, Lautstärke, ja, und das ist ein Teil, das ist ein Teil vom Charisma. Und viele reden ja dann so ein bisschen so in sich rein, weil da steckt so ein bisschen dahinter im Unterbewusstsein, wenn ich nicht so klar rede, ist vielleicht das, was ich sage, wenn ich was Falsches sage, hört es der andere nicht. und es hat alles zu tun im Charisma mit sich zeigen und da geht es nicht darum, ob du laut sprichst oder leise, sondern es geht darum, wirklich du zu sein, wirklich du zu sein und zu wissen, auch wenn du sagst, deine Stimme ist ja jetzt nicht so viel, moduliert nicht so stark, das ist nicht schlimm, sondern es geht darum, bist du das? Darum geht es. Es geht immer darum, bist du das? Das ist deine Stimme, sagst du authentisch das oder sprichst du das aus, was du aussprechen möchtest? Und ich glaube, ich verstehe dich da richtig, wenn jemand etwas sagt, was er nicht meint, dann hört man das raus. Also ich denke, geübte Ohren hören das raus. Ja, ja, und jeder hört es, aber wir hören manchmal nicht hin. Und zwar ist es das, ist dieses berühmte, das wirst du vielleicht auch kennen, dieses berühmte Bauchgefühl. Du triffst auch jemanden und dann denkst du so, ich weiß nicht. Irgendwie. Ist nicht ganz koscher. Ist nicht ganz, dein Kopf sagt, ey, da passt alles dazu. Also es passt doch. Und irgendwas in dir sagt, nee, ich abstand. Und das ist das, wenn dein Kopf etwas an, also wenn deine Augen in den Kopf nimmt, etwas anderes war, als dein Gefühl. Und das ist tatsächlich Körpersprache. Also beispielsweise, ich sage mal ein Beispiel, stimmlich wäre das, wenn ich zu dir jetzt sage, hallo, grüß dich Carsten, na, geht's dir gut? Schön, dass wir jetzt reden. Nun, dann hörst du an der Stimme, ey, und ich kann dazu lächeln und du sagst dir, mein Gott, ey. oder, und jetzt für diejenigen irgendwie, die nur zuhören, ja, schaut euch das ruhig mal an. Und wir winken mal für die, die dann auch schauen. Wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, komm her, du hörst immer auf die Körpersprache. Komm her. Also für diejenigen, die jetzt zuhören, ich gehe sozusagen mit der Hand nach vorn. Es muss jemanden wegstoßen wollen. Es muss jemanden wegschieben. Ich gehe nach, ich schiebe mit der Hand jemanden weg, sage aber sprachlich, ganz freundlich, komm her. Und immer die Körpersprache gewinnt. Warum? Weil wir die Körpersprache schon viel länger sprechen, als das gesprochene Wort. Also in unserer Spezies Mensch. Und auch im ersten Lebensjahr sprechen wir nur in Körpersprache. Und, und, und. Also da gibt es eine ganze Wissenschaft dazu. So. Und diese Tests, das hast du ja gefragt, diese Tests verzahnt sich letztendlich. Der Persönlichkeitstest und der Körpersprache-Test verzahnt sich, greift ineinander. Und das, was im Extrakt hier entsteht, das ist das Charisma. Und dann weiß man, okay, das ist mein Charisma-Typ. Und dann kann ich entscheiden, okay, ich weise es jetzt in Ordnung oder ich möchte eine charismatische Expertenpersönlichkeit werden. Ich bin, ich bin so verrückt auf mein Produkt. Ich stehe so hinter meinem Produkt, dass ich meinem Produkt dienen will. und ich diene meinem Produkt, indem ich mich zeige. Und verdammt nochmal, jetzt muss ich mir auf den Tisch hauen, das machen so wenig richtig tolle Experten, ihren Job machen. Also wenn jemand ein cooles Produkt hat, ein großes Qualitätsprodukt und arbeitet nicht an seiner Körpersprache und arbeitet nicht an seiner Persönlichkeit, sorry, Freunde der Großstadt, dann macht ihr nicht euren Job. Weil das Produkt kommt nicht von selbst in die Welt. Und da kann ich wirklich jeden ermutigen, glaubt nicht diese Charisma-Lüge. Charisma kann man lernen. Die Sprechen, die Tanzen, die, da werden manche sagen, nicht tanzen. Doch, das kann man auch lernen. Man kann alles lernen. Und es geht einfach wirklich darum, deinen Fußspur dich zu trauen, deinen Fußstatzen, deinen charismatischen Finger oder Fußabdruck zu hinterlassen und zu sagen, so, das bin ich. Das bin ich. Und da geht es nicht, das bin ich mit dem Idealmaß und das bin ich mit dem Idealgeschlecht, Idealhaarfarbe, sondern einfach zu verstehen, wir sind ja schon Ideal. Wir müssen es ja nicht sein. Ja. Also es gibt ja nichts Schöneres, als einzigartig zu sein. Wo siehst du denn, vielleicht entdeckt ja auch gerade der ein oder andere, ich nenne es mal, Underground-Charismatiker. Wo siehst du denn die größten Hürden? Also was sind die Hürden, dass die Leute in ihr Charisma reinfinden? Bravo! Also wo sind die Hürden, um ins Charisma, in ihren eigenen persönlichen Charismatyp reinzufinden und den auch zu akzeptieren? Wo sind die Hürden? Na, erstmal, dass ich es gar nicht wissen. Die erste Hürde ist, es gehört nicht ins Allgemeingut. Es wäre auch ganz schrecklich, wir würden ja alle ganz einzigartig werden. Stell dir das vor! Ja. So. Also viele kraftvolle Streitungen, kraftvolle Persönlichkeiten. Das wäre das dann, was ich will haben. Also ich muss es erstmal wissen. Punkt 1. Da tragen wir ja gerade dazu bei. Also vielen Dank für die Einladung, weil so haben wir auch die Möglichkeit, es in Welt zu tragen. Punkt 2. Glaubenssätze. Einer der blödensten Glaubenssätze ist tatsächlich so nach dem Motto, na ja, da wird das ja wohl nötig haben. Ne? Da wird das ja wohl nötig. Also ich habe es ja nicht nötig, ein gutes Produkt setzt sich auch so durch. Also und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, ganz im Gegenteil, mit dieser Einstellung sagt ihr zu Menschen, die wirklich nicht viel können, außer Travat, da sagt ihr immer, ja, ich halte gerne die Tür auf. Ich möchte nicht. Nein, vielen Dank. Hier in der 12. Reihe ist es super. Da gucke ich lieber ganz traurig, wie ganz viele andere Experten mit einem vielen, minderwertigeren Produkt an mir vorbeiziehen, winke und beschwere mich. Also Glaubenssätze. Und das ist wirklich was, was mich sauer macht, weil wir, wenn wir tolle Experten haben, wir tollen Produkten und die kriegen die Sachen nicht in die Welt, haben wir alle nichts davon. Oder andersrum, zeigt doch eure Sachen, dann haben wir alle was davon. Lass uns mal kurz bei Glaubenssätzen bleiben. Ja. Hast du ein Tool oder ein, ich sage mal bewusst, Ratschlag, auch wenn da Wort das Schlag jetzt drinsteckt, aber wenn jemand weiß, er hat ein Muster, Gedanken, Glaubenssätze, Intus, wie geht man den auf den Grund? Ja. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was man für ein Typ ist. Die erste Sache ist, man kann besser sich sortieren beim Schreiben als beim Denken. Also in dem Moment, also wenn du jetzt wirklich sagst irgendwie, okay, ich will überhaupt mal, was denke ich überhaupt übernimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift und mach eine kleine Tabelle, zwei Spalten. Und dann schreibst du auf die einen Seite, was glaube ich über mich, also was ich für eine Ausstrahlung habe, wie ich wirke, wie ich auch, was andere über mich denken, ja, und dann mal alles aufschreiben, alles aufschreiben. Und sich einfach sagen, ey, das bin doch nur ich. Das lese nur ich, sei so ehrlich, wie du es mit dir selbst aushältst, sag ich immer. Das ist ja wirklich, man muss es manchmal auch erst mal mit sich aushalten. Und dann guck dir mal diesen Krempel an, den du so jeden Tag denkst. Und lass es mal wirken. Nein, das ist ganz wichtig, weil viele schreiben und dann weiter. Nein, lass es mal wirken und dann guck mal hin, was für einen Scheiß du dir jeden Tag erzählst. Und dann rechne das mal 365 Tage und dann rechne das mal 10 Jahre oder mal 20 Jahre. Und dann überleg mal, warum du morgens keine Lust hast, aufzustehen. Also wirklich mal auch das Wirken lassen, wir rennen wir vor dir und lass es ruhig mal wehtun und frag dich das ganz ehrlich, bevor du auf die andere Spalte gehst. Möchte ich das noch weitere 10 Jahre über mich denken? Möchte ich das? Möchte ich das, dass meine Kinder über sich denken? Möchte ich eine Partnerin sein oder ein Mann, der jemandem anders zumutet, mit mir zu leben, wenn ich so über mich denke? Und dann schreib erst mal drunter und das ist das nächste Ja, das möchte ich. Mach das! Wenn du das nicht ändern willst, schreibst drunter. Und ansonsten schreib drunter Nein, ich will das nicht. Oder noch besser Nein, ich habe die Schnauze voll. Also darf man, ja? Ich bin eine Freundin des direkten Wortes. So, und auf die andere Seite ist Jetzt wird es schwierig. Okay. Wenn ich das also nicht mehr über mich denken will, was erlaube ich mir denn dann über mich zu denken? Und da würde ich dich einfach bitten, geh mal in einen, stell dir noch einen zusätzlichen Stuhl hin. Ja, stell dir mal vor, dass du sitzt auf dem Stuhl. Und dann stell dir noch einen zusätzlichen Stuhl hin und stell dir vor, da würde jemand sitzen, der dich unfassbar liebt. Und wenn dir gerade nicht einfällt, was du über dich denken möchtest, dann setz dich mal auf diesen Stuhl von dieser Person, mach das wirklich. Und dann, wenn du auf diesem anderen Stuhl sitzt, dann frag dich mal, was würde ich denn gerne über mich denken? Und dann schreib dir mal diesen Satz auf und dann kann passieren, also angenommen, auf der einen Seite steht, ich habe keine gute Ausstrahlung, weil ich bin zu dick, bei Frauen sehr gerne. Oder meine Beine sind zu kurz oder bei Männern sind ich groß genug oder der Bizeps ist nicht stark genug. Anyway. Oder andere Körperteile sind nicht stark genug. Was kommt aber jetzt auf die andere Seite, wenn ich auf die andere Seite schreibe, ich bin wunderschön, was ist dann passiert? Glaubst du es dir nicht? Ich bin stark wie Herkules, du glaubst es dir nicht. Und insofern schreib das auf und dann schreib aber gleich nochmal drunter, was müsste denn passieren? Das ist Glaube? Dass ich es glaube und wie könnte ich an diesen Glaubenssatz ein kleines Stück ranrücken? Nur ein bisschen, sodass du dir es dir glauben könntest. Also das könnte zum Beispiel sein, immer samstags abends um acht bin ich besonders schön. Dass man erstmal wirklich klein anfängt. Und so beginnt eine Transformation, sich wirklich auch erstmal zu überlegen, wer sagt immer Glaubenssätze und verändere die. Das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, weil es passiert noch etwas anderes. Und da muss ich als Körpersprache-Expertin kurz die Hand heben. Und zwar ist das, unsere Körpersprache Körpersprache hat ein Gedächtnis. Und angenommen, wenn du, mal als Beispiel, ich hatte das selber, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und die haben einen tollen Job mit mir gemacht. Aber sonntags gab es ganz oft gestrückt. Zwischen deinen Großeltern oder zwischen euch? Zwischen meinen Großeltern. Ja, da kam so italienisches Temperament und da dachte ich so, feuerfrei. Und als ich dann später, so mit 19, 20, so meine erste Beziehung hatte, haben wir uns super verstanden, außer sonntags. Da gab es... Streit. Ja, richtig. Hast du deine Großeltern mit im Haus gehabt? Wahrscheinlich nicht. Bitte? Du hast wahrscheinlich nicht deine Großeltern mit an dem Sonntag bei dir gehabt. Das ist das, dass die Leute ja vielleicht jetzt auch verstehen, okay, ich nehme Muster von Menschen, die mich umgeben, auf und auf einmal zeige ich das. Der typische Ausspruch, ich will bloß nie so sein wie meine Mutter. Und auf einmal hast du ähnliche Muster ab. Ja. Und das ist noch viel spannender. Es ist nicht nur ein Verhalten, sondern es passiert auf biochemischer Ebene, dass zum Beispiel sonntags mein Körper unter Stress geraten ist, als Kind. Und diese Signatur ist wirklich in meinem Körpersprachengedächtnis aufbewahrt. Und nur weil ich sonntags nicht streiten will, passiert das noch lange nicht. Das ist kein willentlicher Akt auf jemanden, der sich dann Vorwurf macht. So funktioniert es nicht. Sondern es ist einfach zu verstehen, dass unser Körper süchtig ist nach dieser Emotion, nach dieser Angst am Sonntag, nach diesem Stress, dass es wirklich eine suchtmachende Komponente ist und dass wir erst wieder, das ist wie ein Entzug. Deshalb ist das, wenn man von einem Ich, von einem, ich weiß nicht, wer ich bin, aber ich mach mal, zum Charisma-Typ wechselt. Ist das auch verbunden, bis zu, also natürlich, das verändert sich alles. Man geht manchmal fast wie durch einen Entzug. wenn man so ein Adrenalin-Typ ist, ich sehe das ja körpersprachlich, du hast zum Beispiel sehr viel Kontakt in deinem Leben gehabt mit Adrenalin. Okay. Ja, nein, vielleicht, häuschen Sie an. Und das macht dich zum ganz tollen Macher. Ja, du bist keiner, wo man sagen muss, Thorsten, würdest du jetzt mal bitte aufstehen und könntest dich jetzt mal bitte deinen Hintern bewegen, bei dir muss man sagen, atmen. Du bist ein ganz großartiger Macher und ich schätze sowas sehr, weil das einfach Menschen sind, die was bewegen. Und das aber sozusagen, Licht und Schatten ist ja immer ganz ähnlich und da ist immer ganz wichtig, atmen, runterkommen. Bei dir ist zum Beispiel die Wechselatmung wahrscheinlich eine sehr schöne Sache. Also überhaupt das Thema Meditation ist für mich oder Kälte, Kalt baden und du, das sind genau die Gegenpole, die mich runterfahren lassen. Ja. Weil du das ständig machen, vielleicht entdeckt sich auch der eine oder eine Zuschauer, Zuhörer, ah ja, ich bin auch so ein Macher. Ja. Das kann mal, also 2012, 12 hatte ich da halt auch mal im studentischen Leben meinen Burnout, wo der Körper einmal abgeschalten hat und da kommen so ein paar Bausteine zusammen, immer machen ist nicht so cool. Ja. Und ich schätze Menschen wie dich sehr, weil wir brauchen Macher. Also ich liebe Macher. Weil Schwätze ist dann für mich zum Beispiel etwas schwieriger. Aber was wir einfach wissen müssen ist, dass alles, es gibt nicht gut, es gibt nicht gut und schlecht, ich bin da auch kein Fan davon, sondern einfach zu wissen, es ist, es ist so, wenn ich ein Macher bin, heißt das, ich neige ein Stück auch zur Selbstausbeutung und kaufe immer ein Gegengewicht. Immer ein Gegengewicht. und das ist logischerweise Natur, Atmen, die Elemente. Jemand anders, der vielleicht seinen Hintern nicht hochkriegt, ja, der so breit bleibt und sagt, jetzt sitze ich und ich sitze, wo ich sitze. Da ist natürlich eher so ein Element, wo komme ich ins Fließen, die sind immer ganz gut im Wasser aufgehoben. Und das ist, deshalb finde ich das sehr, sehr gut, was du machst. Du hast ja dein Motto, dass ja Gesundheit ist für alle da und das finde ich so großartig, weil es ist einfach die Basis für alles. Es ist die Basis für alles. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich auch. Du auch. Wir sind ja quasi darauf eingegangen, waren stehen geblieben, dass Macher, es gibt immer eine Schattenseite, auch scheinbar auch von den Charisma-Typen. Ja, da könnte ich gerne noch was dazu sagen. Gerne, also für den Schattentypen, weil wenn, nicht Schattentypen, also für den Schattenseiten. Doch, kann man auch sagen, den Schattentypen. Ich finde das sehr gut, weil wir müssen auch vor dem Schatten keine Angst haben, weil es ist ja nicht nur, wo Licht ist, ist Schatten, sondern auch vor Schatten ist es Licht. Also das ist, das ist toll. Also verstehst du, wenn wir komplett nur gut werden, was wir unter gut, weißt du, das wäre stinklangweilig. Wir brauchen diese Dualität. Edelsteine entstehen nur durch Druck, nicht durch Ei, ach das ist ja alles ganz fein und so weiter, sondern wirklich durch Druck und durch auch, ich bin auch ein Fan von Vielfalt. Also auch in der Gesellschaft, wir haben ja so Schubläden, das geht schon in der Schule los, wo die Erstkläste sind, bei den Erstklässern und die Viertklässer und bei den Viertklässern und so geht es dann weiter. Und später gibt es dann so Bücher, die Generation Y und I und was und hier und dort. Ich halte das alles für Schwachsinn. Das ist für mich, das ist wirklich, wir werden als Kastenfrösche erzogen und dann machen wir das später automatisch weiter. Warum? Warum? Warum lassen wir uns so verarmen? Du bist reich, wenn du in deinem Freundeskreis jemanden hast, der zwölf Jahre ist und 92, aber nicht, wenn die alle 33 sind, dass du gar nichts davon. Ja. Nur mal zur. Ja, Generationshäuser und Co. lassen wir grüßen, dass die Jungen von Alten lernen, das ist ja in unserer Gesellschaft komplett weggebrochen. Ja, ganz genau. Oder auch, dass man sieht, oh mein Gott, irgendwie was du die Alten nennst, die haben mehr Feuer im Arsch als die 23-Jährigen. also wenn du Spaß haben willst, geht es um 95-Jährigen. Also kann auch passieren. So, und jetzt zu den Schattenseiten. Bei den Machern, bei den Gipfelstürmern, sage ich jetzt mal, ist es natürlich so, dieses nach vorne gehen, ziehen, Motivation, aber eben auch Druck. Druck gegen sich selber, Druck gegen andere, also einfach dieses, dieses, ja, Zwingen wollen. Und da geht es immer auch ums Thema Loslassen und Vertrauen. Also Vertrauen ist ein ganz großes Thema. Bei dem Charisma-Typ Teamplayer, ganz herrlich, ich liebe das, ich, 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 ich liebe einfach Menschen. Manchmal nervt es mich selber, weil es ist, die Arbeit ist ja nicht ganz unangstrengend, aber ich liebe Menschen. Und das ist so schön, wenn die sich entfalten und wenn die aufgehen wie so eine Blume, da geht es jedes Mal das Herz auf, dann kommen auch manchmal die Tränen, das ist so unfassbar, wie wir manchmal leiden und so sinnlos. Und beim Teamplayer besteht das Leid, im Konflikt. Also der Teamplayer liebt Harmonie. Das mögen alle Menschen. Aber bei dem Teamplayer führt das dazu, dass er gerne zwischen anderen vermittelt. Aber wenn das, wenn der Konflikt ihn oder sie selbst betrifft, dann ist das ein Drama. Dann kann er nicht schlafen. Also Konfliktscheu. Das sind diejenigen, die gerne Konflikte unter dem Teppich anhäufen. Und der Charisma-Typ Tänzer, das ist tausend Ideen und da ist die Schattenseite, die Sachen nicht auf die Straße bringen. Ich habe tausend Startups gegründet. Ich weiß gar nicht, ob die noch gibt, aber ich habe ganz viele gegründet. Ja, genau. Oder ich habe mal eine Idee. Ja, setz die um, aber ich habe jetzt noch eine Idee. Und die Detektive, da ist sozusagen, da ist ein ganz großer, also Charisma-Typ, diese, also ich bewundere das, die halten so den Fokus. Das ist unglaublich. Ja, das ist wie so eine Dampfwalze. Du kommst nicht durch den Tunnel durch. Und da ist natürlich die Schattenseite mangelnde Empathie. Weil das ist einfach, wenn du die einmal einstellst oder sie sich selber einstellst, ziehen die durch. Und das, also da ist Flexibilität, das siehst du auch oft körperlich, dass sie hier gar nicht so, und natürlich, wenn du jetzt zuhörst, hast du ja vielleicht auch gedacht, ah, davon habe ich auch ein bisschen was oder davon, und dann weiß man auch, es gibt ein Stück. Und das Licht und Schatten gehören zusammen. Ist okay? Ja. Aber du sagst, es gibt halt auch gewisse Dominanzen, die wir natürlich dann auch körpersprachlich, akustisch, verbal mitbekommen. Ja. Und da ist zum Beispiel sehr gut, also wir haben ja jetzt so ein Video, aber wir sehen uns ja jetzt nur bis, also bei mir sieht man gerade so die Kette, bei dir sieht man so, wieso sieht man bei dir so viel? Warte mal. Weil ich stehe. Ich stehe. Ach, du stehst. Ich stehe. Ah. Kann mich auch klein machen. Ja, auch. Ja, mach mal klein. Gut, okay. Und das ist der nächste Aspekt. Spielen ist extrem wichtig. Ich bin ein Riesenspieler-Fan. Und zu mir hat neulich eine Frau, die hat sich bei mir beworben und dann hat sie zu mir gesagt, weil sie hat nicht auf meine Seite geguckt, also später hat sie dann gesagt, oh mein Gott, sie hat die Bundeskanzlerin analysiert und oh mein Gott, sie hat für die fünftgrößte Kanzlei der Welt gearbeitet und so. Aber weißt du, was sie zu mir gesagt hat, weil ich fröhlich war? Also pass mal auf Schätzelein. So, und Schätzelein ist jetzt nicht so direkt die Ansprechhaltung, die ich für mich gut finde. Aber wie kommt so was? Ich war ja da nicht böse. Es war bloß klar, dass wir da nicht zusammenpassen. Aber wie kommt das? Weil bei uns Spiel und Leichtigkeit nicht mit Seriosität und Wissenstiefe assoziiert wird. Und das ist sozusagen die zweite Botschaft, die ich habe und die auch für Charisma-Typen steht. Ihre eigenen Regeln aufzustellen. Und meine von mir selber aufgestellte Regel, also von mir und Pippi Langstrumpf und den Musketieren, also ich stehe auf Riesen, ist, Leichtigkeit und Qualität schließt sich nicht aus, sondern ein. Weil da denke ich, hat die Gesellschaft schon Schwierigkeiten. Also ich möchte es an einem Beispiel festmachen. Am Wochenende habe ich Webinar-Fortbildung gehabt und dachte, hey, setz dich einfach an einen Teich in Klara-Zetkin-Park hier in Leipzig. Und da saß ein älterer Mann. Ich hatte Schlapperklamotten an, war barfuß eh unterwegs, hatte ein Leihrad. Und er guckt mich so an, da hast du richtig den Mustern im Blick gesehen. Der hat jetzt mit mir nicht assoziiert, okay, der ist bestimmt selbstständig und mein Macher, sondern er hat dann gefragt, hast du kein eigenes Fahrrad? Doch, er hat einen Platten. Was willst du mal machen, wenn du alt bist? Da habe ich gesagt, ich bin 33, coache, gebe Fortbildungen, mache gerade hier eine Fortbildung. Das für den, hast du richtig gesehen. Es hat nicht zusammengepasst, das, was er gesehen hat und was ich erzählt habe. Da hätte ich mich wahrscheinlich noch mehr aufrichten können und Körpersprache und anderes zeigen können. Der hat halt sehr schnell sein Schubladensystem gehabt. Leihrad, barfuß, sitzt im Park, okay, der hat gleich einen Laptop geklaut, ist vielleicht ein Obdachloser. Gleich auch der Gedankensatz, okay, du brauchst ein eigenes Fahrrad im Leben, damit du etwas wert bist. Und deshalb meine ich, es kann, ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei manchen schwierig ist, dieses Charisma auch zu zeigen, sodass sie es erkennen. Ja. Du sagst, was ganz spannend ist. Und zwar zeigst du zum einen, wohin es führt, wenn wir in Schubladen aufwachsen. Wir alle. Da können wir uns alle ins eigene Näschen fassen. Ja. Weil, deshalb können wir die Lebenswirklichkeit des anderen nicht erkennen. So, das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, nimm es doch als Einladung. Weil in dem Moment, wenn man sich gar nicht, es gibt so ein schönes Wort, das heißt, die Macht der Selbstverständlichkeit. Und ich habe mit einem meiner Jungs mal ein schönes Experiment gemacht. Wir waren mal in der, wie hieß die denn, auf dem Bahnhof, die Lehmannsbuchhandlung oder Ludwig? Ich verwechsel die immer. Ich glaube Ludwig. Ich glaube Ludwig. Also hier in Leipzig. Und das ist eine wunderschöne Buchhandlung mit einem Kaffee und so. Und dann habe ich gesagt, Max, der war da vielleicht so acht oder neun, ich würde dir gerne mal was zeigen. Und dann haben wir uns ganz normal angezogen, ein bisschen so schick vielleicht auch. Und dann sind wir da rein, haben eine Verkäuferin gesagt, und dann sind wir da raus. Und dann sind wir nach Hause und da habe ich gesagt, der hat ja uralte Jogginghose und dann habe ich so Creme genommen und habe die in seine Haare gespielt, dass die ganz fettig aussehen. Und ich habe schwarzen, wie heißt das hier, was man macht, Lidschatten genommen und habe das aber unter die Augen gemacht. Das siehst du so gut aus, krank. und auch irgendein schlumper Kittelschürze oder sowas, ich habe keine Großmutter und dann sind wir wieder hin. Und sind zu so einem Buchregal und dann kam die Verkäuferin und hat halt gesagt, Entschuldigung, wollen Sie was kaufen oder was wollen Sie hier? Dann wissen wir, als leben wir auf der Straße. Und wir waren gerade wirklich eine Stunde vorher da. Und ich habe das gar nicht kommentiert. Ich bin dann wieder raus mit Max und habe gesagt, was hast du denn draus gelernt? Was ist dir aufgefallen? Und aufgefallen sind zwei Sachen. Erstens, Kleider machen Leute. Das gehört natürlich mit dazu. Das ist unsere äußere Haut. Wir pflegen ja auch diese Haut. Also können wir auch diese Haut pflegen. Das hat ja auch was zu tun mit Respekt für sich selbst. Erstens. Das ist die erste Geschichte. Sei es dir wert, dass du ordentlich unterwegs bist. Für dich. Ja. Und die zweite, für mich viel wichtigere Botschaft ist, und das ist für mich, das habe ich für meinen Großvater gelernt, das ist für mich ein absolutes Muss. Beurteile Menschen nicht nach dem, was sie anhaben oder was sie haben. Ich beurteile Menschen nicht mal unbedingt nach dem, was sie tun, aber immer nach dem, was sie sind. Und das ist, weil du gefragt hast, wie kann denn vielleicht auch jemand dort ansetzen? Schau doch mal hin, wer du bist. Scheiß auf Fahrrad oder ob du was du tust, ob du Sekretärin bist, ob du Fitnesstrainerin bist, ob du selbstständig bist, ob du Webinare gibst, ob du noch studierst, ob du jetzt zuhörst, du bist 65 Jahre und sagst, ich weiß nicht, ob ich nochmal anfangen sollte. Mach es! Und da einfach wirklich hinzuschauen und zu sagen, okay, wenn ich alles wegnehme, wenn ich alles wegnehme, wer bin ich? Ja? Und dann durchaus anders drauf zu schauen, eben nicht zu sagen, guck mal, der sieht gar nicht, wie toll ich eigentlich bin. Ja, weil es gibt aus meiner Sicht nicht die Gesellschaft, Kasten. Wir sind die Gesellschaft. Und wenn uns die Regeln nicht gefallen, dann lass uns doch neue schreiben. Und deshalb gehe ich mit dieser Charisma-Geschichte auch los, weil ich möchte die, die so viele guten Sachen haben und die dich da vorne bringen, auch stärken und sagen einfach, es ist nicht so schwer zu lernen. Ja, es ist zu lernen, es ist wie eine eigene Sprache. Aber es ist machbar für jeden. Nicht, weil es etwas ist, was du drauf machst, sondern was du aus dir entwickelst. Dein Charisma, dein Charakter, deine innere Kraft, kommt aus dir. Woher sonst? Ja. Ich glaube, die Zuhörer und Zuschauer haben jetzt schon einiges erfahren, erstens über die Charisma-Typen. Da hatten wir einen vielleicht sich wiedergefunden. Natürlich, der zweite Test, die Körperhaltungsanalyse, Mimikanalyse und Co., das wird ja wahrscheinlich dann durch Dritte passieren. Kann ich ja nicht selber analysieren. Na doch, kannst du schon. Also, ja, also ich bin ja auch gerade dabei, dieses Punkt, gib mir doch noch zwei, drei Wochen, ich bin ja mit dem Programm nahezu fertig. Aber was jetzt schon mal ganz, wir können ja schon mal eine kleine Mini-Körpersprachschule machen. Okay? So, wenn wir jetzt nochmal zurückspulen würden, dann würdet ihr sehen, das könnt ihr ja machen im Video, was Karsten so ungefähr vor 30, 40 Sekunden gesagt hat. Also, wo waren seine Hände? Er hat mit beiden Händen gesprochen. Das heißt, die Hände haben den Job, das gesagte Wort zu unterstützen. Und was wir wissen müssen in der Körpersprache ist, wir sind diagonal. Das heißt, die rechte Körperseite, die rechte Körperseite wird von der linken Gehirnhälfte gesteuert. Also, diagonal. Und die andere Seite so diagonal. Erstmal zu wissen. So, und da ein ganz kleiner, sozusagen, eine Eselsbrücke. Wenn wir sagen, jemand macht was mit links, ist es immer die linke Seite. Das ist die Seite der Leichtigkeit, der Gefühle. So, und wenn Karsten, Karsten ist jetzt spontan unser Model geworden, mit beiden Händen gestikuliert, was du ganz oft machst, gibst du Auskunft darüber, dass dein Gehirn, und zwar sowohl die linke Gehirnhälfte, die ist für die Ratio zuständig, als auch die rechte, die für die Emotion zuständig ist, dass sozusagen bei dir Ratio und Emotion gut miteinander kommunizieren. Also, dass deine emotionale Seite und deine analytische Seite sehr gut miteinander kommunizieren. Das sage ich nachher gleich, meine Freunde. Sag dir das sofort. Ich bin gar nicht so rational. Du bist nicht, du bist ungeduldig. So, das ist das Nächste. Du bist ungeduldig. So, und dann ist natürlich eine hohe Körperspannung. Ach du Arme, jetzt bist du dran. Lass mich da kurz atmen. Ja, atme. Eine hohe Körperspannung und das sind natürlich sozusagen die Macher. Also, jemand kann ja schon mal gucken, ob er immer gerne so ein bisschen zusammensackt, ja, oder ob er sitzt so extrem korrekt und gerade. Und dann kann man so, also so ein paar ganz erste Raster sind. der Gipfelstürmer in der Körpersprache, der ist eher jemand, der sehr zielgerichtet auch läuft, vom Schrittsystem, dessen Hände, wir haben ja gerade über die Gesten gesprochen, anfangs noch einen Endpunkt haben. Dann haben wir natürlich den mit den vielen Ideen, der auch viel lacht, so wie ich zum Beispiel, aber eben auch oft ein Mischtyp ist mit ganz klaren Zielrichtungen. Also, bei mir ist zum Beispiel so eine Mischung aus Gipfelstürmer und Tänzer, also Ideen und Umsetzen. Der Detektiv wird ganz wenig Gesten machen und wenn, dann vor allem was natürlich? Rechte Hand, die Faktenhand. Und jetzt hast du zum Beispiel gesagt, ja, meine Tonalität, also meine Tonfallstimme ist eher so ein bisschen monoton. Die ist jetzt nicht wirklich monoton, aber du bist jetzt auch kein, soll ich sagen, italienischer. Ja, so. Und dann sagt deine Stimme, dein Tonfall sagt, guten Tag, in mir steckt auch ein kleiner Detektiv. Und deshalb sind dir vermutlich auch Fakten sehr wichtig. Und da wird deine Freundin manchmal sagen, zeig doch ein bisschen mehr Gefühl. Soll ich mal, ganz witziger, ein, das haben die Zuschauer und Zuhörer, wenn sie den Podcast schon ab und zu mal gehört haben, von mir gehört, ich bin ein detailverliebter Generalist. So bezeichne ich mich selbst, weil ich halt mich auch gerne Fakten verliere, so, auf einmal ist es eine Woche weg und ich habe mich über Biochemie, Hormone beschäftigt. Und dann auch immer wieder das Generelle. Ja. Und das ist das, was du beschreibst, dass in den Charisma-Typen eben oft einer, der ganz vorne dran ist und einer, der supportet. Ja. Und da kann man eben sehr gut gucken, von diesen vier Typen, welchen kann ich ein Stück mehr noch ausprägen. Denn Fakten sind wunderbar, aber Fakten verändern sich. Also die Erde war mal eine Scheibe, jetzt ist sie rund. Und die Nächsten sagen wieder eine Ellipse und wieder andere sagen, es ist ein Lebewesen. Also, ja, das wird sich, also ein Fakt ist etwas, was sich natürlich immer verändert. Aber an der Stelle zu sein, du sagst ja was anderes mit dem, ich bin ein Faktenmensch, sondern du sagst ja damit, ich versuche die Sachen zu verstehen und auch ein Stück weit dann nicht zu kontrollieren, aber es geht so in die Richtung. Dass man auch mal sagen kann, so ist es jetzt. Und das Blöde ist es eben nie so, weil das Leben ist eben wie ein Fluss. Aber nichtsdestotrotz, es ist extrem wichtig, dass es Faktenmenschen gibt, weil die immer wieder dann die Pflöcke einstoßen. Und ich habe auch, wenn ich mich mit der Epigenetik beschäftige, mir geht es da zum Beispiel wie dir, ich verliere mich komplett drin. Und dann habe ich noch ein angelesenes Buch zur Quantenphilosophie und dann denke ich so, oh mein Gott, wann mache ich das denn jetzt noch? Aber ich glaube, dass das wirklich Wichtige ist, dass man sich selber erst mal auf die Spur kommt und sich mal vor den Spiegel stellt und sagt, so gucke ich mich mal an und dann stell dich doch mal dir selber vor. Du kannst dich mal hinstellen und sagen, guten Tag, ich bin Karsten. Das habe ich tatsächlich schon mal gemacht. Also, als ich mich mit meinem Spiegelbild, hatte ich mal für mich so eine Zeit, wo ich jeden Tag fünf Minuten nackt vorm Spiegel stand und geguckt habe, das bin ich. Und das habe ich mir auch immer wieder erst am Anfang stillgesagt, weil mir am Anfang echt ein bisschen dämlich vorkam. Und am Ende hat es laut gesagt und am Ende fand ich fast, es gab Momente, da habe ich geweint, da gab es Momente, wo ich richtig gelacht habe. Irgendwann kam der Moment, wo ich am liebsten diese Person mir gegenüber so high five und gesagt, heute wird ein geiler Tag. Das war dann der Moment, ich sage, okay, diese Selbstakzeptanz, die Schatten, aber auch das Tolle an einem, das zu akzeptieren und zu erkennen, das fand ich so wertvoll. Ist aber auch nicht so, dass man vorbeigehen, Spiegel guckt, den Tag, sondern es ist ein Prozess. Mega, das ist spannend. Wie lange hast du das gemacht? Das waren mindestens drei Wochen am Stück. Also 21 Tage, das war so eine Phase, wo gerade, weil du sagst, körperlich, ich komme aus dem Sport, hier muss weniger Körperfett, da muss noch ein Gramm Muskulatur und dann hat man ein total verzerrtes Gesicht von seinem Äußeren, aber auch von seinem Inneren. Das Thema Kindarbeit, innere Kindarbeit und solche Geschichten. das Deckungsgleich mal zu bekommen, hat mir da sehr geholfen. Vor drei Wochen habe ich da wirklich immer fünf Minuten am Morgen nackt hingestellt und geguckt. Das ist mega. Also insgesamt ist ja zum Beispiel, also hast du schon einen sehr wichtigen Step gemacht, das ist schon einen ersten Baustein tatsächlich auch fürs Charisma. wirklich hinzuschauen, wer wir sind, ist super wichtig und ganz ehrlich, das, was wir glauben, wer wir sind, sind wir, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine extrem lange Entwicklungsphase, um wirklich zu sagen, das bin ich und es ist okay. Und du hast, aber du hast dich gleich nackig hingestellt sozusagen. Ich habe, ich bin dann tatsächlich so ein Radikalist, das heißt mal, also ich habe mit Barfuß angefangen, Barfußlaufen angefangen, aber ich habe gesagt, ey, weißt du was, ich habe jedem empfohlen, fangen langsam Barfußlaufen an oder Barfußschuhen. Was habe ich gemacht? Habe die Dinge ausgezogen, ausgelassen und bin durch den Schnee gelaufen. Ich bin dann eher so von null auf hundert. Das ist etwas, was zum Beispiel meine Freundin, ich kann sehr schnell meine Meinung ändern und sie ist eher so, sie hat dann manchmal Schwierigkeiten und sagt, okay, so schnell, heute ist hui, morgen ist hui, hui und das, deshalb habe ich gesagt, warum erst nur einen Pulli ausziehen oder T-Shirt, volle Bandbreite. Ja. Das Pflaster abziehen, kurz und schmerzlos und das habe ich, so beteke ich zumindest. Ja. Und das ist, glaube ich, du beschreibst ja jetzt auch schon sehr schön, wie verschiedene Charismatypen auch miteinander umgehen, also wenn sie dann ihr Charisma erkennen und ich glaube, das ist dann tatsächlich für sich auch zu verstehen. Ich bin eben so, ich brauche es so und der andere brauche es so und dann steppst du sagen, sei du doch mehr so oder sei du mehr so zu sagen, so ist es eben. Ja. Und so ist es auch okay. Und dann merkst du ja auch, also das würde ja für dich kein Geheimnis sein, dass dann Adrenalin für dich auch nur nötig ist, das ist ja aber dann auch gleich eine Challenge. Richtig? Das ist auch gleich eine Challenge. Zwei Wochen reichen nicht, da machen wir 21 Tage draus. Genau. Aber ich finde das eine sehr, sehr schöne Idee, sich nackt vor den Spiegel zu stellen. Also das habe ich tatsächlich auch meinen Kunden noch nie empfohlen. Das finde ich eine mega Inspiration. Auch vielen Dank dafür, da habe ich jetzt auch was im Podcast gelernt. Direkt ein ganz tolles Spiel und den Coaching. So machen Sie sich mal frei. Schönen guten Tag, mein Name ist Fritsche, machen Sie mal bitte frei. Genau. Oh ja, das könnte, das könnte interessant werden, sage ich mal. Aber es ist auf alle Fälle, also ich bin ja auch ein ganz großer Teil von Morgenritualen, weil das ja natürlich etwas ist, was du den Tag einstellst. Und hast du diese Nackt-Challenge, also diese Selbstakzeptanz-Challenge vielleicht morgens gemacht oder hast du da eine feste Chemie? Nach dem Kaltduschen. War die Wahrheit noch schlimmer. Nein. Wie war das vorhin mit der Größe? Aber jetzt lass noch mal tief blicken hier. Mit direkt nach der kalten Dusche. Direkt nach der kalten Dusche. Okay. Gut. Das ist dann nur wirklich für die ganzen Starten. Ich möchte das jetzt auch nicht weiter vertiefen. Keine Details. Und das ist zum Beispiel, wenn man in seinen Charismatyp reingeht, ist das natürlich, wenn man sich selber entdeckt, ist der Morgen ein ganz wichtiger Moment, weil dann wirklich der Tag ja auch die Augen aufschlägt, nicht nur man selbst. Und einfach sagen kann, es ist völlig egal, was bisher war. Ja. Jetzt ist die Chance, es zu machen. Und das ist mir auch für diejenigen, die sagen, ich hatte noch nie Ausstrahlung und das kriege ich nie hin. Ganz ehrlich, vielleicht diese Person, von der wir oft reden, die lebt gar nicht mehr. Ja, das muss man sich auch mal klar machen, dass man sich oft auf jemanden bezieht, als ich 16, als ich 18, als ich 22, 25, 30, wann auch immer. Die gibt es gar nicht mehr. Und das ist zum Beispiel für mich eine ganz wichtige Sache, dass Charismatypen, du hast mich ja gefragt, dass so ganz, ganz klare auch Eigenschaften sind. Das ist auch Mut und das ist auch eine Ausrichtung mehr als auf das Morgen, als auf das Gestern. Das ist sich eine Sache zu verschreiben. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass Charismatiker, also wenn man wirklich diese charismatische Persönlichkeit entwickelt hat, in Resilienz entwickeln gegenüber dem Mainstream. und das finde ich, also nicht, dass Mainstream immer schlecht ist, aber ganz ehrlich, wenn man sich mal belegt, der kleinste gemeinsame Nenner ist immer der kleinste gemeinsame Nenner. Das kann kein, also es ist nicht unbedingt ein Qualitätskriterium, dahin zu rennen, wo alle hinrennen. Ja. Vielleicht auch gerade eine aktuelle Situation gar nicht so unwichtig, muss ich mal sagen. Nö. Es ist nie unwichtig, es ist nie unwichtig, weil du, weil es nicht, aus meiner Sicht, nicht in Ordnung ist, die Verantwortung für sein Leben, jemand anderes zu überantworten. Dafür ist niemand zuständig. Nicht die Gesellschaft, nicht die Politiker, nicht der Nachbar, es ist immer die Gesellschaft. Ja, und wenn die Mann sagt, na guck mal, die Gesellschaft, dann sage ich mal, wo wohnt die? In der nächsten Straße 3. Wer ist denn die Gesellschaft? Und irgendeiner muss mal anfangen. Und warum denn nicht ich, du, ja? So. Und das ist einfach wirklich da, sich auch nicht, die Sachen mit dem, die Verantwortung für sich selber übernehmen, hat ja so zwei Seiten. Für die schönen Sachen übernehmen wir gerne die Verantwortung. Aber was uns nicht so gut gefallen ist, sind nur die anderen. Und das ist, nee, nee. Sorry, das ist mein Handy. Ich hab das wohl da. Wilke? Ja? Wir sind jetzt schon bei 75 Minuten. Das ist, ich würde mal, was nehmen die Leute wohl mit, dass ich nach einem kalten Luft vor dem Spiegel stand. Wenn jetzt jemand sagt, du, Silke, das, was du ihr erzählst, das berührt mich. Ich bin vielleicht jemand, der am Rand steht und ich weiß, ich kann viel mehr und ich möchte Ausstrahlung. Und du sagst, man lernt es. das haben die Leute und Zuschauer, Zuhörer jetzt definitiv mitbekommen, dass man Charisma lernen kann. Wie kann ich das denn in Angriff nehmen und wo kann ich dich erreichen? Du hast davon auch erwähnt, dass du ein Programm gerade entwickelst. Kannst du dazu gern noch etwas mehr sagen? Ja, gerne. Also erst mal ganz grundsätzlich kann es jeder auch erst mal für sich alleine den ersten Schritt gehen, auch erst mal ohne irgendjemand, auch ohne Silke Fritsche. Indem man sich erst mal hinsetzt und sagt, okay, oder wie du, sich von Spiegel stellt, vielleicht nach dem Warmduschen, muss ja nicht immer gleich so streng sein. Und erst mal sagt so, okay, das bin ich und wie möchte ich sein? Also welche Ausstrahlung möchte ich? Ich bring mal Realität rein. Das ist so, wie wenn man zu oder abnehmen will. Stell dich einmal auf diese blöde Waage und bring Realität rein. Und dann kannst du ja wegschmeißen. Aber einmal hinschauen. Damit beginnt es. Es beginnt mit hinschauen. Und es beginnt im zweiten Schritt damit, dass ich dir wirklich versprechen kann, es kann jeder lernen. Punkt. Ja, schau hin und sag dir, it's possible. So. Und so, wie kann man mich erreichen? Also mich findet man auf meiner Website www.gefritsche.de Vielleicht kannst du das ja mit verlinken. Das kommt natürlich alles in die Shownotes. Und ansonsten, genau, und ansonsten gern mir eine Mail schreiben. Also das ist möglich. Ich habe auch einen kleinen Podcast, da ist zum Beispiel eine ganze Podcast-Folge nur um die Stimme, warum Stimme uns erfolgreich macht. Da kann auch jemand, der jetzt sagt, ich kann gerade noch nicht hin und her, ich kann nicht anfangen. doch kannst du, du kannst kostenfrei den Content nutzen, geh da rein und fang einfach schon mal an. Die wichtigste Sache ist, hör auf zu warten. Fang an. Und die dritte, was jetzt die dritte, die dritte Sache ist, mach eine Sache sofort. Mut zum Erstlächler. Ja, du hast ja gerne eine Challenge. Challenge. Also, mein lieber Carsten, das wird jetzt eine Lächel-Challenge und die muss aber aus dem Herzen kommen. Also wenn du jemanden triffst, jeden Tag jetzt drei Menschen und es müssen, ich mache für dich verschärfte Bedingungen, es müssen Fremde sein und sie müssen besonders unfreundlich wirken. Tatsächlich, das habe ich eine Zeit lang hier im Konsum schleusig gemacht. Da gab es eine Verkäuferin, die ist nicht mehr da, habe sie auch nicht mehr wieder gesehen. war richtig grießgrämig. Also, da habe ich jetzt durch die Corona-Zeit an sie denken müssen und dachte, okay, diese Grießgrämigkeit würde man durch die Maske gar nicht mehr sehen. Aber die Augen lächeln ja oder lächeln auch nicht. Und die habe ich immer bewusst angelächelt. nehmen wir nach Vera von Birkenbill hat ja auch schon gesagt als Lachforscherin, dass das Serotonin, ich hätte mir wahrscheinlich dieses Lächeln hochbinden können, weil der kam nix. Nada. Ich hätte irgendwie pupsen können mit der Achse. Ich weiß nicht, wo die hingelächelt hat. Ja, und was auch, deshalb habe ich ja gesagt, für dich gibt es verschärfte Bedingungen, lächle absichtslos. Ich dachte, das komme ich zu sagen. Lächle mich ohne ein Ergebnis zu erwarten. Jetzt habe ich gelächelt, jetzt muss sie aber. Nein, Carsten, du lächelst. Und das erste Lächeln beginnt nicht hier, sondern im Herzen. Nimm Kontakt auf und schick erst mal wirklich ein Lächeln vom Herzen und dann lächle. Und auf der Straße wirklich wildfremde Menschen. Also mir passieren Sachen, also ich jogge manchmal früh los, also ich bin unfassbar langsam, ich bin so eine ganz langsame Joggerin und dann sehe ich manchmal früher noch gar nicht, weil ich gerade aus dem Bett gefallen bin. und mich lächeln immer Menschen an, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Es ist großartig, wenn ich zurückkomme vom Job, bin ich schon 300 Mal angelächelt worden. Das ist, I don't know. Und das würde ich, das wäre so, weil das hat was zu tun mit Ausstrahlung, dass man sich innerlich erst mal anknipst. Ausstrahlung kommt von Einstrahlung. Und ja, noch drei Worte zu dem Programm. Also es wird das mal sozusagen ein Online-Programm, damit man auch ortsunabhängig, ich kriege so viel Post von Oldenburg, jetzt hat mir einer geschrieben irgendwie aus Mallorca, aus Australien und dann einfach, die können nicht alle herkommen. Im letzten Jahr waren bei der Sommerakademie, die Sommerakademie ist ein Persönlichkeitstransformationsprogramm, was ein Stück auch eine Vorbereitung ist von Charisma. Und das machen wir dann im Wald und dann machen wir Meditationen und tausend Sachen. Also es ist ein ganz tolles Programm. Das geht jetzt im Juni los. Und da ist halt einer wirklich drei Wochen, weil es immer Freitagabend, Samstag, Freitagabend, Samstag, Freitagabend, Samstag, dreimal von Oldenburg gekommen. Und da habe ich so gedacht, das kann ich keinem zumuten. Ja, die haben auch gesagt, wir wollen, aber so. Also, es gibt ein Online-Programm, was auch nicht so kurz, wir machen das jetzt mal kurz, sondern es gibt über, es gibt zwei verschiedene Module, aber zwischen vier und sechs Wochen. Damit es wirklich so ist, wir machen am Anfang auch eine Videoanalyse, da stehst du, dann gibt es ein Programm dazu, sowohl in der Persönlichkeitsbildung als auch B, in der Körperspracheausbildung. Und dann gucken wir am Ende so, es gibt jetzt sozusagen ein Ist und wie sieht das dann aus am Ende. Und am liebsten, also sozusagen, mir wäre es ganz am liebsten, wenn jemand mit einem ganz konkreten Produkt auch antritt und dieses Programm richtet sich an Experten. Also das ist wirklich, ob das jetzt ein Coach ist oder ein Speaker oder jemand, der eine bestimmte Holzbank erfunden hat, die beim Kaufsetzen pfeift, für was auch immer. Also der einfach sagt, ich habe hier ein Produkt, was einen Wert bringt und ich habe geforscht, ich habe ein ganz tolles Programm, ich habe eine ganz tolle Dienstleistung und ich gucke mir seit zehn Jahren an und die Leute an mir vorbeilaufen, andere Experten überholen mich, ich habe keine Ahnung. Und so, ne? Also wenn jetzt jemand sagt, und da, Entschuldigung, dass ich jetzt mal ganz direkt sage, ja, ich habe jetzt irgendwie einen Wochenendkurs absolviert, ich bin jetzt dann Star-Trainer, das ist jetzt nicht so meins. Ich glaube, dafür ist gesorgt. Ich habe wirklich ein Interesse an echten Experten, die einen Beitrag leisten wollen und die einfach nicht wissen, dass Charisma erlernbar ist und dass Charisma, und das ist ganz wichtig, ein Erfolgsfaktor ist. Ein Erfolgsfaktor, der Kunden anzieht, der das Produkt verkauft. Und das ist das, was ich machen möchte. Also wer mich live erleben möchte, kann sich noch bei der Sommerakademie anmelden, da laufen jetzt gerade die Anmeldungen. Und wer einfach sagt, ortsunabhängig und Fokus auf Charisma, der kann sich bei mir melden und dann sage ich, wenn es losgeht. Wir sind so im Countdown. Findet ihr natürlich alles in den Shownotes, in der Videobox. Checkt das bitte ab. Ich habe dich ja auch schon live in einem Vortrag erlebt und ich kann nur aus eigener, Erfahrung, da kommt Energie rüber. Vielen Dank, das freut mich. Ich weiß, aber ich dachte, als ich dich gesehen habe, dachte ich mir, es gab mal so einen Zinn vor ewigen Zeiten und da kommt immer einer aus dem Meer in so einen Neoprenanzug, auch mit so schwarzen Locken, so dunklen Locken. Ich weiß gar nicht, wie der hieß, so 100 Jahre her, der Film. Und du standest bei dem Vortrag da barfuß und mit deinem Neopren, ich weiß das noch, und mit einem sehr guten Händedruck und dann dachte ich mir, okay, das mache. Das hast du auch direkt gesagt. Oh, Händedruck. Da kam ich vom Outdoor-Training, da hatte ich meinen Jumpsuit an. Ja. Mit Reißverschluss, fehlt bloß noch hinten die Klappe, total entspannt. Meine Freundin sagt immer, wie kann man damit rausgehen? Ich finde, das fürs Training optimal, hält warm und ist so ein Peinteiler. Ich kenne das auch aus der Bundeswehr, aus der Panzerie, hatten wir so ein Ding auch. Also ich fand es ja cool und das ist eben genau das, sei, wer du bist. Das ist einfach eine wichtige Sache, wirklich zu dem stehen, was man ist, aber es auch auszuhalten, wenn einem anderen, also wirklich unabhängig zu sein vom Applaus. Ja. Und das ist, glaube ich, für die größte Challenge. Sei unabhängig vom Lob und sei unabhängig vom Taten. Das ist sozusagen und da haben wir alle uns im Weg und ich bin noch ganz weit weg von perfekt und Gott sei Dank, weil das ganze Leben ist einfach eine Entwicklung. Ich würde fast sagen, das war ein richtig schönes Abschlusswort. Dankeschön. Ich bedanke mich für die Einladung, lieber Carsten. Das hat mir große Freude gemacht. Ich bedanke mich, dass das so spontan, also tatsächlich, ganz kurz zum Hintergrund für die Zuschauer und Zuhörer, wir sind ja jetzt schon länger in Kontakt und eigentlich dachten wir, wir telefonieren vorher mal, wir treffen uns vorher mal und heute Morgen, hey, ich habe Zeit, wollen wir zack, bimm, bamm und zwölf Stunden später fast machen wir einen Podcast. Jetzt dann. Ja, das ist, wenn zwei Macher aufeinander stoßen, dann geht es vorwärts und das ist, glaube ich, auch für alle, die so ein bisschen so eine perfektionistische Ader haben, ist das auch übrigens ein sehr gutes Training. Einfach mal machen. Ja. Oh ja, der perfektionistische Stressverstärker. Übelst Ding, übelst Ding, aber eine andere Geschichte. Silke, ich danke dir vielmals. Ich danke dir. Checkt bitte die Links unten in der Videobox, da findet ihr dann natürlich auch das Online-Programm, Silke, ihren Kontakt, E-Mail-Adresse, Website. Teilt den Podcast, wenn ihr Menschen kennt, wo ihr sagt, doch, da könnt ihr, da steckt Charisma drin, aber sie wissen es noch nicht. Man kann es lernen, steckt es ab, teilen, alles, was man anklicken kann. Genau. In dem Sinne, Silke, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und bis bald. Bis bald. Alles Gute und auch in die Runde, jedem alles Gute und immer dran denken, Ausstrahlung kommt von Einstrahlung und ist bei jedem was drin. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit at Functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gern den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info at functional minus basics .de mit dem Betreff Podcast. und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer? Möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren? oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten ist ein wundervollen Tag.